Also, sei mal ganz ehrlich, der Per Steinbrück ist eine Zumutung. Der mutet uns zu, uns wirklich über die wichtigen Themen, die die Zukunft entscheiden werden, unsere Zukunft entscheiden wird, Gedanken zu machen und darüber zu entscheiden. Er macht keinen Wohlfühlwahlkampf. Ich unterstütze die SPD deswegen, weil sie schon seit 150 Jahren bewiesen hat, dass sie bereit ist, Verantwortung für Deutschland zu übernehmen, auch dann, wenn es nicht leicht ist und wenn es nicht jedem schmeckt.